Rabenbein ist ein Teil des Schulterknochens. Rabenbein wird auch bezeichnet als Rabenfortsatz. Rabenbein auf Lateinisch ist dann der Processus Coracoideus. Das Rabenbein ist also Teil des Schulterblattes, des Schulterknochens, aus dem Schulterknochen, der ja oben eine Pfanne bildet, in welcher dann der Oberarmknochen ruht oder beziehungsweise damit verbunden ist im Oberarmschultergelenk. Und dort gibt es ein Teilknochen, das ist das Rabenbein. Und das Rabenbein ist eben ein Knochen, an dem verschiedene kleineren Muskeln angesetzt sind, die für die Bewegung des Armes verantwortlich sind. Solange.